Einmal das Falsche bestellt, ey. Schämen müssen sie sich echt schämen. Passt so wie Schamhaare. Schämen, Schamhaare ist ich eigentlich dafür, dass sie Schamhaare sind? Noll, noch nicht. Zu dir. Ja. Liegt daran, dass ich auch gerade ankomme. Aaaaaaahhhhhh. Aaaaaaahhh. 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 Aaaaaaah. Ich muss mein Flugzeug eben abgeben. Das muss im Parkhaus eingepackt werden. Aaaaaahhh. Vielleicht mach das ja diesmal. Aaaaaahhh. Danke, dass du dir voll in meinen Reifen reinschubst. Nein, ist mir beschissen. Scheiße, das Ding zu kontrollieren ist. Aaaaaahhh. 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 Bitte einmal das Flugzeug in die Gra... äh, in die Parkhaus einparken. Dankeschön. Der Parkdienst ist nicht ver... Wollen Sie mich verarschen? Wollen Sie mich verarschen? Wollen Sie mich verarschen? Wofür werden Sie bezahlt? Wieso bin... Wieso bin Ihre... Ich bin denn, passiv, wo? Bäh. Es dauert 30 Sekunden von Warten, bis ich Ihnen meine Mund genommen geben kann. Tch. Aaaaaaaaa Duu, wenn nicht... Wenn ich... Du, Junge, wenn ich aus diesem... Ja, wenn ich meine Freunde benutzen kann, dann hast du ein Problem. Fahrst du ab. Wofür wirst du bezahlt, du Penner? Mann, wofür wirst du bezahlt? Mann, mach deinen Job, weil ich es richtig. Weg hier. Ähm, okay. Das solltest du vielleicht nicht nachmachen. Fliegen kann dein Auto nicht. Wow, shit. Ah, mein Flügel. Wer damit geht? Wow, 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 wow. I know that, I know that. So. Was? Was meinst du? Soll ja auch nicht, das soll eigentlich so gut aussehen. Was fällt denn von mir? Bruder, was los, Alter? Alter, jetzt kommt der Nächste auf mich zu. Wollt ihr mich verarschen? Der klemmt sich auf meinen Arsch. Junge. Das war's, Herr. Keine Ahnung! Der trifft mich mit seiner Rakete nicht! Digga, diese Folgungsjagg gerade musst du dir einfach geben! The fuck! Oh, ich wollte getroffen! Getroffen! Ich bin getroffen! Motorausfall! Jetzt hat er ein Problem! Naja! Huch, da qualmt aber einer! Er ist ausgestiegen! Lol! Alter, nee ey! Ich bin nur geflogen! Ich hab... Ich hab doch nicht mehr Waffen an dem Ding! Ich bin nur geflogen! Der ist ein Geflogen! Ich bin nur geflogen! Der ist ein Geflogen! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh Gott. Gefallen. Den ganzen Weg fahren ist halt Unsinn. Gefallen. 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 Ich glaube, ich habe den Arsch offen. Was geht hier ab? What? Perfekt, Alter! Irgendwie ja! Wuhuuu! Ach du Scha- Komm einmal durch die Silly Cruisen mit dem Ding. Oh Gott! Notlandung! Das war irgendwie nicht der Plan, dass unser Arsch fehlt! Ah! Das muss ich erstmal klippen! Ah! Okay, aber irgendwie... Es ist platzsparender! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020